Sie war überwältigt. Niemals hatte sie zu hoffen gewagt, den geweihten Hort schon so früh zu betreten. Doch die Zeiten hatten sich geändert. Es herrschte Krieg, und es war bittere Notwendigkeit gewesen, die sie über die große See getrieben hatte. Dennoch kam sie nicht umhin, die Schönheit und Ruhe dieses Ortes zu bewundern, in dessen innersten Zentrum sie stand, hoch oben in der Spitze des höchsten Turmes von Chrysalion. Ein Oktogon aus weißen Wänden umgab sie, die halb durchsichtig waren, sodass das goldene Licht des späten Nachmittags hindurchschimmerte. Schlanke Säulen erhoben sich in jeder der acht Ecken, und unmittelbar unter der Kuppel des Oktogons schwebte ein Kristall und strahlte sanftes Licht aus. Ah nun, das Licht von Chrysalion, verströmte Frieden und Harmonie, und es war kaum vorstellbar, dass der Krieg, den eine dunkle Macht nach Amber getragen hatte, nicht einmal vor dieser geweihten Stätte Halt machen würde. Nur aus diesem Grund waren sie lange vor ihrer Zeit an die fernen Gestade gekommen, um den Kristallhort mit ihrem Leben und all ihrer Zaubermacht zu verteidigen. ... ... ...